recht herzlich willkommen zur 102 folge von kerbal space programm ja wir sind hier drinnen in unserem projekt und ja sind in irgendeiner umlaufbahn wir gucken mal gerade rein die wir da schon gemacht haben und irgendwo treffen wir den jetzt und zwar hier unten ist es auf 600 meter angenähert na genau so ist es so ist nur die frage wo sind wir ich glaube wir sind hier genau und der andere der kein sprit mehr hat ist da richtig so das bedeutet jetzt müssten wir einfach mal ein bisschen vorspulen dass ich den da unten gleich treffe oder wie weit ist das hier auseinander ok da sind 24 kilometer es ist zu weit so wir sind voraus dann hoffe ich mache jetzt alles richtig sieht gut aus eigentlich so ich habe hier schon wieder auf target umgestellt wie man sieht habe ich schon mecker für gekriegt so jetzt gehen wir mal da wieder hin und gucken wo er ist da ist er 8,7 kilometer ich dürfte jetzt nicht auf target umgestellt haben und lasse ich jetzt mal gerade so und mache noch einen time warp weil wir müssen ja noch näher ran so jetzt wären diese fünf kilometer da am besten wenn ich jetzt hier so ausrichte also wir sind jetzt noch ein time warp drin wenn ich nicht sehe wieder nichts ist im dunkeln wir sind auf 1,8 kilometer da ran ich glaube wir müssen jetzt aufs ziel ausrichten dann müssen wir wieder hier zurück machen so das ziel ist jetzt ein bisschen schneller wie man sieht und das ist falsch rum super ist das jetzt so richtig was ich tue ich weiß es nicht fliegen gerade dran vorbei wahrscheinlich da geht es nicht weiter und da geht es auch nicht weiter super oder ich sehe das ziel nicht wo ist er da ist er so jetzt muss ich ausrichten nochmal nein ich bin jetzt doch wieder falsch rum das ist nicht wahr oder so jetzt aber ist das so richtig was ich mal 3,6 nein es ist doch war ja jetzt bin ich ganz durcheinander es war doch so rum richtig so irgendwas mache ich falsch 47 target fliegt so schnell aber wir kriegen das nicht langsamer also müssen wir doch anders arbeiten hinfliegen genau so ist es kann ja nur so sein so jetzt nähern wir uns der ganzen geschichte glaube wieder an ja glaube wir können dann noch mehr schneller jetzt drehen wir uns um so 85 km h geschwindigkeit auf das ziel drauf so das heißt wir müssten jetzt eigentlich uns auf jeden fall umdrehen wenn wir näher nahe sind müssen wir ja wegbrennen retro ausrichten wäre das ne so kurzen wo ab einlegen oder 2 km sind es jetzt schneller werden ne jetzt sind wir wieder umgedreht so jetzt sind wir ziemlich gut dran das war die falschen tasten das sind die richtigen tasten halt stoppt denn da klicken dann so gucken so das ist jetzt noch näher kommt oder ja vielleicht drehen wir nochmal um und fliegen nochmal näher dran nicht damit umdrehen damit umdrehen so wieder zurück sieht doch ganz gut aus oder so 600 meter 500 gleich kommen wir einmal einmal kurz schneller machen jetzt müssen wir einmal nach ausrichten nochmal schneller machen jetzt haut er irgendwo anders hin ab jetzt müssen wir mal gucken dass wir das hinkriegen ne ich möchte ihn schon gerne noch sehen kriegen da so hin da ist wieder die karte der dinge zu ende super so jetzt müssen wir gerade noch dahin wo das andere ist ich glaube wir müssen dazwischen ne so jetzt kommen wir da näher irgendwas machen wir da noch falsch wir fliegen jetzt zum ziel ne da kommt das ja so jetzt müssen wir hier glaube hin und den mal gerade so weit ziehen dass wir den vor uns haben ne ich glaube so ist am idealsten so und jetzt schnell auf die andere seite ein bisschen abbremsen wenn wir zu schnell sind so jetzt wandert er uns wieder weg wo ist er so jetzt muss ich nur gucken wo das tal ist da ist er das bedeutet ich müsste eigentlich ein bisschen hier steuern um da rein zu kommen oder nein genau umgekehrt anderer seite so jetzt andere seite dann über gleich bremsen können oder wir entfernen uns schon wieder also drauf ziehen oder jetzt wird es weniger jetzt passt es aber auch dann ne wir sind auf der gleichen flugbahn glaube so rum zum abbremsen dann gleich so 60 meter 45 40 2 meter 20 ne 2,2 meter so ich glaube jetzt muss ich mal gucken dass ich ihn nachher ich bin wieder mit der falschen das war schon richtig da unterwegs müsste ich sein wo ist er denn da ist er sehe ich irgendwo den eingang ist da die tür ich glaube ja oder ich sehe die tür leider nicht das ist der panel das ist der panel ist da die tür nein da ist es doch na komm schon jetzt bin ich zu hektisch who hatch eva passt so jetzt kleiner man bist du dran jetzt muss ich nur gerade gucken wo das andere vessel ist da ist es so das heißt das space er ist los rcs an und dann wollen wir gucken dass wir da rüber kommen na ich glaube ich muss so ich weiß jetzt auch nicht mehr wie der sich ausrichtet ne ein bisschen licht haben wir wenigstens da ist ja schon mal was ne so jetzt muss man nur noch den eingang sehen ne stöße jetzt dagegen oder nicht da ist der eingang wieso eigentlich richtet er sich doch immer so aus wenn man da warum macht er das jetzt nicht ich verstehe es nicht aber egal hat sich da auch schon wieder was geändert ich glaube wir sind noch viel zu weit weg klar so jetzt stoppen wir ich komme noch ein bisschen frore jetzt macht es gleich klungen und dann sind wir dagegen gehauen da ist dagegen gehauen aber das ist jetzt nicht schlimm das ist jetzt nicht schlimm und ich so so komme ich da jetzt hin ist da gleich die tür ne ne noch nicht ganz muss nochmal andersrum so wo und b nein ne ne b war da gerade das grab mache ich nicht da war der back oder da alle mal jetzt weiß ich wieder und e war dieses drehen und nun sitzt noch daran und da ist ob es blöde gedrückt und er macht es nicht dieser kleine mann der Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück, nein, stopp, zurück, und hoch muss ich auch noch. Oh, schweres Manöver, ne? So, jetzt aber, komm. Ja, jetzt sind wir wieder vorbeigeflogen, ne? Komm schon. So, jetzt muss irgendwann das B hier mal erscheinen, ne? Boah, das ist nicht wahr, oder? Hey, ich hab's gedrückt. Ist der Bug weg, oder ist er noch da, das ist die Frage, ne? Wir sind so weit weg. Boah, wie weit wir weg sind. So, runter. So, und vor. Und B, wie bohrt, und macht er nicht. Aber jetzt grab ich mal, einfach aus dem Grund, weil ich gedacht hab, jetzt ist die Leiter auf dem Kopf, dann geht das auch. Und das passt ja. So, wir sind drinnen. Das bedeutet, jetzt können wir dann den Rückflug angehen. Aber, den machen wir in der nächsten Folge, weil diese ist schon wieder lang genug. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.